Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu neuen ShopReview hier auf meinem Kanal. Gestern hatte ich zeitlich nicht ganz geschafft ein ShopReview zu machen, ich hoffe es war nicht allzu schlimm. Wenn ihr wollt, dass ich noch aktiver jeden Tag ein ShopReview mache, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ich da noch mehr versuchen sollte, möglichst jeden Tag ein ShopReview zu machen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir switchen direkt drüber in den alten Shop und bevor ich das allerdings mache, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet. Wäre auf jeden Fall nice und gucken mal, welche neuen Skins heute da dran sind. Wir haben wie sonntags üblich einen neuen Skin und den Velocity Charakter. Das ist der weibliche Skin vom Raptor Skin. Ich finde den eigentlich ein bisschen cooler. Also vom Design her, die dünnere Pasten müssen besser als der Skin und auch hier noch mit der Brille zusätzlich sieht das ganz cool aus. Genauso wie das Backpack sieht das generell eigentlich ganz nice aus. Dann haben wir natürlich den Raptor Skin, das ist eine der erstliegenden Skins, glaube ich, die es in dem Spiel überhaupt gibt. Ist eigentlich auch ganz cool, wobei ich wie gesagt die weibliche Variante etwas besser finde. Und dann haben wir noch den Party-Löwen, Party-Löwen-Spitzhacke. Hat einen extrem coolen Sound. Sieht auch witzig aus, wenn da hinten dann so ein bisschen Farbe oder sein soll oder irgendein Saft rauskommt. Allerdings ist es natürlich mit 1500 V-Bucks auch eine sehr, sehr teure Spitzhacke. Von daher, ja, muss man sich das genau überlegen. Dann haben wir einen Sturmbrecher, den finde ich richtig cool, den Gleiter. Ist allerdings, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Gleiter. Aber eben halt, so ein Flugzeug sieht eben halt schon extrem cool aus. Dazu passend haben wir die Royal Air Force Lackierung. Ist eine grüne Lackierung, nichts Besonderes. Aber hat eben so einen schönen Orangen-Ton. Also ein Orange-Gelb, was eigentlich echt ganz cool aussieht. Gefällt mir eigentlich. Ist jetzt nicht unbedingt die krasseste Lackierung. Trotzdem vollkommen in Ordnung. Dann haben wir noch den Depp. Lohnt sich ja eigentlich nicht, weil man den unendlichen Depp, äh, der kostet genauso viel. Und er ist eben, passiert eben halt mehr. Und ich finde auch, äh, dafür, dass du nur einmal so macht, 500 V-Bucks sind da ein bisschen zu teuer. Aber die Eiszapfen-Spitzhacke ist eine sehr, sehr coole Spitzhacke. Und vor allen Dingen ist sie ziemlich leise. Und ist jetzt auch nicht allzu auffällig. Dann haben wir die Waffenexperten, ähm, das Waffenexperten-Outfit. Äh, ist eigentlich, ja, schon Schwitzer-Skin so. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, eben halt mit diesem, ähm, Kambo-Look, äh, Militär-Look. Allerdings frage ich mich, warum das eigentlich ein blauer Skin ist, obwohl es andere Skins gibt. Wie zum Beispiel der, äh, ein schwarzer Skin, die grün sind und ehrlich gesagt ziemlich genau gleich auch sehen. Aber den Nachtlicht-Charakter, finde ich einen richtig coolen Charakter, äh, eben halt mit der Ramirez. Ich finde auch, äh, die weibliche Version ist deutlich besser als die männliche Version vom Skin. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir als letztes noch Shaolin's Setup. Finde ich einen ganz coolen Emote. Also 200 V-Bucks gehen dafür auch vollkommen klar. Und dann schauen wir nochmal rüber in den Rettet-i-Welt-Shop und gucken, was dort heute für ein Lama drin ist. Zurzeit gibt's ja auch die Militär-Waffen-Lamas. Lohnt sich nicht ganz so, äh, weil's... Heute haben wir eine Waffen-Lama auch noch drin. Aber die, äh, Militär-Lamas lohnt sich nicht ganz so, weil man die Tickets später für, ähm, andere Lamas ausgeben kann. Für die Sommer-Lamas, die dann wahrscheinlich bessere Items drin haben. Und, äh, nachdem die Militär-Lamas draußen sind, werden die, äh, die Militär-Waffen hier aus den Events-Skizzen, den Erweiterungsskizzen hinzugefügt und dann kann sie jeder forschen. Deshalb ein bisschen unnötig dafür dann Tickets auszugeben. Kann man lieber für Sommertickets verwenden. Das Waffen-Lama lohnt sich nicht allzu. Epische Waffen und vor allem die, die hier drin sind, lohnt sich wirklich kaum. Ähm, ja, ist einfach, äh, gehört nicht zu den wirklich guten Lamas. Da gibt's deutlich bessere. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video auch wieder einschaltet. Und bis dahin, ciao. Bis jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020